Hey, ihr prallen Brötchen, wen soll ich mit meiner leckeren Wurst füllen? Ja, genau, Karl. Gibt's auch nur eine in dieser Packung, die bereit wäre, Karl in sich aufzunehmen? Robert, darunter mit deiner scheiß Hand. Du ruinierst mir meinen Gag. Ketchup, Senf, oh, und Würstchen und Brötchen. Wir wurden zusammen auserwählt. Weil wir füreinander bestimmt sind. Ich weiß, es ist eigentlich verboten, aber nur die Spitzen. Mach dich auf was gefasst, denn du wirst nun die schreckliche Wahrheit erfahren. Das ist wunderschön, Mann, so wunderschön. Sobald die Götter uns durch diese Glastüren tragen, scheiße, fuck, sind wir schon so gut wie tot. Du mieses Schlampe! Deine Augen, sie brennen! Bitte nix, so ich habe familiär! Nein! Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Wieso sollten sie das tun? Ah, weil unser Tod sie nur stärker macht? Das sind echte Fressmaschinen. Ich meine, fuck. Woher wisst ihr das an? Wir sind die Unverderblichen, du blöder Mann. Ich muss es allen erzählen, sonst ist es ihr Tod. Ihr könnt mich mal, ihr Stinker. Vielleicht bestrafen die Götter uns, weil wir gefingert haben. Oh, das war ja nicht mal... Gut, das war okay, aber man würde seinen Status doch nicht ändern, denn ich habe sowas von toll gefingert. Zusammen können wir diese Monster besiegen und unser Leben selbst bestimmen. Los, kämpfen wir, Leute! Lasst es regnen. Gary, hast du mir diesen Zahnstocher in den Arsch gerannt, Mann? Sie müssen uns sehen und hören. Ich habe einen Plan. Alles auf eine Karte! What? Hallo? Ihr lebt alle und guckt mich an mit euren Schülchen, euren Armen und Beinen. Sieh mich an! Ich habe keine mehr! Du hast meine Beine verdammt nochmal gefresst! Und was hat er dir angetan? Scheiße nochmal, das willst du nicht wissen.